Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am 3. August 2021, ihr hört die Geek Talk Daily 1052. Heute mit den folgenden Themen AVM, Thunderbolt 5, Apple Music, Lossless, Stark Find, Windows 365 und Hoover Bar Duo. Dann starten wir doch gleich mal mit einem AVM-Thema. All diejenigen, die von euch eine Fritzbox Cable besitzen, die können jetzt oder die können schon lange mit der App FritzAppTV direkt die Fernsehsender von Divya Kabel in die Fritzbox reingehen, auch auf eure Smartphones und Tablets spielen. Denn mit dem neuesten iOS und Android Update geht das jetzt auch in HD-Qualität. Gefällt mir. Und ja, da hätte ich fast gerne so eine Cablebox. Aber ja, mein Cable-Anbieter ist ja so ein Netter, der mich dem Routerzwang unterzieht. Übrigens, Gratulation an Deutschland. Die letzten Tage, irgendwann war es soweit, fünf Jahre Routerfreiheit. Hach, das muss schön sein da oben, wenn da nur das Internet ein bisschen schneller wäre. Auch schnell ist Thunderbolt. Ihr kennt sie sicherlich, die Schnittstelle von Intel, welche zu ganz Beginn eher und vor allem auf Apple-Devices unterwegs war und mittlerweile auf immer mehr Geräten Einzug erhält. Mittlerweile ist auch das neueste iPad, das 2021er Modell, mit eben Thunderbolt 4 ausgestattet. Und jetzt gab es ein eher sehr kleiner Leak. Und nämlich ist das passiert während einer Tour durch das israelische Forschungslabor, wo ein General Manager von Intel da ein Tweet veröffentlicht hat. Und zwar hat er da ein Screenshot gepostet, auf dem gezeigt wurde, dass das kommende Thunderbolt 5 eine neue Geschwindigkeit hat. Und zwar wieder mal eine Verdoppelung. Neu geht es dann bis zu 80 Gigabyte in der Sekunde. Und das klingt ganz schön schnell. Jetzt hoffe ich nur, dass das Intel möglichst schnell auch in die Geräte bekommt und dann wird auch auf unsere Geräte ausgespielt. Natürlich auf neue Geräte, die wir uns dann irgendwann kaufen dürfen oder müssen. Neues gibt es auch im Punkto Apple Music Lossless. Apple hat ja im Juni diesen Jahres die neue höhere Wiedergabequalität angekündigt. Und das wird ja nach und nach ausgebaut. Neu jetzt dazugekommen sind unter anderem die Möglichkeiten des Abspielens auf CarPlay. Das heisst alle Apple-Auto-Geschichten. Also wer im Auto CarPlay hat und Musik das Abo bei Apple sich jeweils gönnt, der kann das jetzt auch da anhören. Neu ist es auch für Android-Devices, zumindest für diejenigen, die es unterstützen. Einen Link, welche das sind, findet ihr in den Shownotes auf daily.tiktok.ch. Da ist das Dokument dazu verlinkt, wo ihr das nachlesen könnt. Und bei Android-Devices ist auch noch ganz wichtig, dass es teilweise einen Digital-Analog-Wandler dazu braucht, um das Ganze überhaupt wiedergeben zu können, bis es dann zu euren Ohren kommt. Weiter geht es mit Ikea und die haben ein Stark-Find, wo man das auch mal aussprechen mag, vorgestellt. Was ist das Ganze? Die zweite Generation ihrer Luftreiniger. Nach dem Vernuftig, ein Link auch zu dem Video, in den Shownotes mit drin, für euch zum Anklicken. Und gleichzeitig, genau, vernünftig, jetzt ging es, was ja im Februar diesen Jahres auf den Markt gekommen ist und ziemlich unintelligent war, unintelligent im Sinne von Smart Home. Die neue Version wird Smart sein, wird mit der Ikea Home Smart App funktionieren. Integriert sind da gewisse Sensoren, die eben auch die Luftqualität etc. messen und dann kann man da schlaue Geschichten draus machen, dass die dann darauf reagieren. Das Coole ist, das Ganze gibt es als eine Standvariante, also zum Aufstellen, so ein rundes Teilchen. Sieht noch schick aus, wenn man das Design dann mag. Und alternativ kann man noch Tischbeine dazu kaufen für einen gewissen Aufpreis und dann hat man das Ganze in einen Tisch verbaut. Finde ich spannend, finde ich witzig, finde ich interessant. Ich bin gespannt und freue mich auf den Oktober. Weiter geht's mit Windows 365. Oh nein, das ist nicht der neue Name von, wie hieß es damals noch, Office 365. Das ist ja Windows in der Cloud. Zumindest aktuell noch für Business erst zu haben. Ab dem gestrigen Tag gibt es das Ganze zum Austesten, Anprobieren. Das heisst, ihr könnt auf jeglichem Gerät, sei es ein Mac, ein iPad, ein Linux-Device oder ein Android-Tablet etc. könnt ihr einfach Windows auf euren Device streamen lassen. Und das Ganze geht für kleine Unternehmen ab 28.20 pro Benutzer los. Zumindest in der kleinsten Ausstattung. Wenn man ein bisschen mehr RAM und so weiter braucht, kostet es natürlich ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, wenn der Mike uns dann davon erzählen wird in dieser Woche im Geekdog-News-Format. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis auf ein neues Video im Pogipsi Network. Ich habe mir das 12th South Hoover Bar Duo endlich anschauen können. Ein cooles Gadget, was jetzt hier links von mir steht und worauf ich teilweise auch die Shownotes für die heutige Folge ablese. Sehr, sehr tolles Gerät. Wie gesagt, Video, auch das ist verlinkt. Und einen kleinen Blogpost dazu, logischerweise. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.